Okay, meine sehr geehrten Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem ersten Profikampf des heutigen Abends. Ich rufe hier zu den ersten Kämpfen, die blaue Ringecke. Es ist dies ein Kampf in Mittelgewicht, das ist die Gewichtsklasse bis 83 Kilogramm, angesetzt auf die Profinstanz von viermal drei Minuten. Angekündigt wäre gewesen, dass Bojan Rekovic, der nicht da ist, hat sich verletzt. Wir haben einen Ersatz gefunden und ich rufe in die blaue Ecke, Daniko Balai! Das acht malbedien mit dem Projekt Florian Rekovic Die Flüften zu den τι, dann ist dasși- Es kam eine Menge Fan service zu den bremmten. Er ist das. Da subscriben sie den Menschen dazu meinen Namen. Er hatte bis jetzt einen Kampf von diesen hier bei Vienna Boxing Championship Nr. 8. Er hat damals die Frau Gajovic besiegt. Er stand aus Offenburg in Deutschland und wird in der Runde begrenzt von seinem Coach Pepe San Filippo. Yes! Daurex Max Hexler! Daurex Max Hexler! Naurex Max Hexler! Daurex Max Hexler! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Max! Excellent! Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.